Neuer Technikdirektor, zwei neue Fahrer und nun auch ein neuer Teammanager bei KTM, die MotoGP-Gerüchteküche, die brodelt mächtig und mittendrin ein Mann, MotoGP-Legende Dani Bedrosa. Gut, aber eben nicht gut genug, so lässt sich die aktuelle Situation bei KTM vielleicht ganz gut beschreiben. Liebe motorsportmagazin.com Freunde und MotoGP-Freaks, der österreichische Hersteller ist auch 2024 auf bestem Weg in Richtung Platz 2 in der Konstrukteurswertung der MotoGP, die aber an der Spitze Ducati hat um doppelt so viele Punkte aufzuweisen wie KTM. In der Fahrer-WM sind Brad Binder und Pedro Acosta, die ersten Verfolger des Ducati-Quartetts an der Spitze, mit Martin Bagnia, Marc Marquez und Ineo Bastianini. Aber auch da ist der Rückstand gewaltig. Einen Sieg in einem Trockenrennen hat KTM seit über drei Jahren nicht mehr gefeiert und das genügt dann eben den hohen Ansprüchen, die die KTM-Führung in Matikhofen und Munterfing an sich selbst steht, eben einfach nicht. Unversucht lässt die Mannschaft rund um KTM-Motorsportdirektor Pit Beyrer aber auf jeden Fall nichts. Das Projekt befindet sich aktuell in einem Umbruch. Mit dem bisherigen Technik-Chef Fabianos Della Kini kam es bereits im Sommer zur Trennung. Diese Rolle wurde jetzt aufgeteilt. Wolfgang Fellber übernimmt die Chassis-Abteilung und Kurt Trieb die Motorenabteilung. Auch an der Fahrerfront tut sich einiges. Pedro Acosta wird für 2025 ins Werksteam befördert. Und mit Eneo Bastianini und Mary Kunialis gibt es bei TEC 3 gleich zwei neue Fahrer. Also da ist schon jede Menge Bewegung drinnen. Aber jetzt machen im MotoGP-Perdock Gerüchte die Runde, dass auch Teammanager Francesco Guidotti das KTM-Projekt verlassen könnte. Der war 2022 ja von Bramag zu KTM gekommen, hätte eigentlich noch Vertrag bis Ende 2025. Es soll aber Auffassungsunterschiede in der Auslegung des Projekts geben. Und somit soll eben eine Trennung zwischen Guidotti und KTM im Raum stehen. Und der große Hammer, der kommt jetzt, denn sein Nachfolger soll niemals geringerer als MotoGP-Legende Dani Petrosa sein. Der ist aktuell noch Testfahrer bei KTM, also der Sprung vom Testfahrer zum Teammanager. Das wäre schon ein sehr großer, muss man sagen. Klingt deshalb erstmal recht unwahrscheinlich, dass das wirklich passieren wird. Auch weil es doch eine recht politische Funktion ist, kann man sagen, eine Managerrolle. Und wenn es einen Mann in der MotoGP gibt, der mit dem politischen Spielchen wirklich keine große Freude hat, dann ist das Dani Petrosa, die diese Gerüchte erstmals publik gemacht hat. Und unser spanischer Kollege Manuel Pesino, ein sehr erfahrener, sehr angesehener Journalist in unserem MotoGP-Beddock, der ist in Misano von einem Ducati-Angestellten angesprochen worden. Darauf, ob er eben was sagen kann zu diesen Gerüchten, ob er was gehört hat von diesen Gerüchten, dass Dani Petrosa eben der neue Teammanager bei KTM werden soll. Pesino hat sich daraufhin direkt umgehört bei Petrosa und bei Guidotti. Sie beide haben das dementiert, dass es zu diesem Wechsel kommen wird. Damit könnte man meinen, die Sache ist vom Tisch. Unsere italienischen Freunde von GP1, ebenfalls eine normalerweise sehr verlässliche Quelle, glauben aber jetzt zu wissen, dass dieser Deal so gut wie durch ist, dass Dani Petrosa, Francesco Guidotti als Teammanager von KTM ablösen wird und dass dir die Bekanntgabe, die offizielle Bekanntgabe schon in den nächsten Wochen kommen könnte, also so um den Indonesien-Grand Prix, Japan-Grand Prix herum. Wir selbst haben uns um meine offizielle Stellungnahme von KTM bemüht. Bisher haben wir darauf leider noch keine Antwort erhalten, aber wir bleiben für euch an dieser Geschichte natürlich dran. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt und generell im Motorradsport nichts mehr verpassen wollt, dann eine Empfehlung von mir an euch. Abonniert euch unseren Kanal hier im Motorsportmagazin Motorrad und am besten Leute, die auch gleich die Glocke, denn dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos drauf haben. Gibt es natürlich an diesem Wochenende auch nochmal zum Rennsonntag, die große Analyse zum Grand Prix. Das heutige Video gefällt, fragen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Kommen wir jetzt aber zum Rennwochenende, zum zweiten in Misano, zum Emilia-Romagna-Grand Prix. Da ist heute der Sprint angestanden und da gab es einmal mehr ein Duell, Francesco Bagnia gegen Jorge Martín. Jorge Martín hat am Start erneut die Führung von Pols, hat der Francesco Bagnia übernommen, bei dem läuft es am Start im Moment nicht so ideal. Die Pace der beiden Fahrer war dann praktisch ident, muss man sagen, aber Jorge Martín hat sich dann in Führung liegend in Runde 8 von 13 einen Fehler geleistet, ist kurz von der Strecke abgekommen, zwar schnell wieder auf die Dallinie zurückgezogen, aber Francesco Bagnia ist durchgeschlüpft und Jorge Martín konnte in den letzten Runden keinen Konter mehr setzen. Ganz spannend war, wie Jorge Martín diesen Fehler erklärt hat oder begründet hat. Er hat kurz vorher die Track Limits Warning von der Rennleitung auf das Dashboard bekommen, also es sind diese Nachrichten, die die Rennleitung an die Fahrer schicken kann und dann erscheint es eben auf dem Display vorne und diese Nachricht hat Jorge Martín erklärt, hat ihn abgelenkt und in Folge dieser Ablenkung ist es dann eben zu diesem Fehler gekommen. Schon ein durchaus interessanter Umstand in einer Zeit, in der die Einführung von Funkkommunikation mit den Fahrern in der MotoGP direkt bevorsteht. In der WM verkürzt auf jeden Fall Francesco Bagnia damit den Rückstand gegenüber Jorge Martín auf nur noch vier Punkte, also der WM-Kampf 2024 zwischen Bagnia und Martín, der spitzt sich weiter zu. Nix mit dem Sieg hatte heute Marc Marquez zu tun, der hat sich seine Aufgabe mit einem erneuten Sturz im Qualifying in Q2 bisschen schwer gemacht, start Platz 7 nur, am Ende ist dann Platz 4 im Sprint dabei rausgesprungen. Er hat uns aber erklärt, dass heute auch eine Pole Position für ihn keinen Unterschied gemacht hätte, mehr als Platz 4 wäre laut seiner Aussage nicht drinnen gewesen, denn die Pace von Francesco Bagnia, von Jorge Martín, aber auch von Enea Bastenini auf Platz 3 war seiner Meinung nach einfach zu stark. Es ist tatsächlich so, dass Marc Marquez schon am Ende der ersten Runde auf Platz 4 gelegen ist, also da eigentlich nicht viel Zeit verloren hat durch seinen schlechten Startplatz, aber dann in der Folge mächtig Zeit eingebüßt hat auf der Spitzendriebe und am Ende haben ihm über vier Sekunden auf das Podium gefehlt. Also diese Einschätzung von Marc Marquez, die dürfte durchaus stimmen. Er peilt deshalb auch am Sonntag diesen vierten Platz als Maximum an. Die Erklärung von Marc Marquez dazu ist folgende, ich muss akzeptieren, dass sie, gemeint sind Francesco Bagnia, Jorge Martín und Enea Bastenini, hier einfach schneller sind. Akzeptiere ich das nicht, kommt es zu stürzen. Abschließend noch ein Blick in Richtung MotoGP Saison 2025, da wollte Michelin eigentlich einen neuen Vorderreifen einführen, der die aktuellen Reifendruck- und Temperaturprobleme ein bisschen in den Griff bekommen sollte und somit eben wieder besseres Racing ermöglichen sollte. Dieser Reifen wurde auch am Montagstest nach dem ersten Rennwochen der Emisano von allen Stammfahrern erprobt. Feedback war gar nicht schlecht, aber Michelin ist jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass 2025 für die Einführung dieses Reifens im Rennbetrieb noch zu früh kommt, wird deshalb erst 2026 stattfinden. Sehr schade, muss ich sagen, hätte dem Racing in der MotoGP sicher gut getan. Zu dieser verspäteten Einführung haben vor allem politische Umstände, da geht es um Terminkalender, da geht es um Machtspielchen, beigetragen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann kann ich euch unsere nächste Printausgabe ans Herz legen, Motorsportmagazin Nummer 99, da gibt es dazu eine ausführliche Geschichte. Wenn euch das holen wollt, einfach unter die Videobeschreibung reinschauen, da gibt es alle Infos, wie es in unserem neuen Heft kommt. Das war es mit unserer Analyse zum Sprint-Samstag zum Emilia-Romania-Grand Prix in Misano. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr es seht, dann sehen wir uns morgen wieder mit der Grand Prix-Analyse. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, für heute sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.